Was für eine Woche, oder? Donald Trump, neuer Präsident der USA, in großer Eindeutigkeit. Nebenbei zerlegt sich unsere Bundesregierung in aller Öffentlichkeit, wie in so einer schlechten Soap im Vorabendprogramm. Und vielleicht ist Soap hier auch das richtige Stichwort, weil ich fühle mich manchmal in diesen Tagen wie im falschen Film. Und vielleicht könnt ihr das nachempfinden, dass man sagt, nee, wie diese Welt sich entwickelt, das fühlt sich an wie ein Gruselstreifen. Und am liebsten würde ich von meinem Kinositz gerne aufstehen, rausgehen aus dem Kinosaal und sagen, danke, reicht mir, ich habe genug gesehen. Kann ja alles nicht wahr sein. Mein Eindruck als Pastor ist auch, wenn ich mich in diesen Tagen mit Menschen unterhalte, dass unglaublich viele Leute Angst haben, ganz verschiedene Ängste. Manche sagen, wie geht das eigentlich jetzt mit der Ukraine weiter? Mit uns auch, wenn Trump vielleicht seinen NATO-Verpflichtungen nicht nachkommen sollte. Andere sagen, Moment, denkt eigentlich irgendjemand noch in diesen Tagen daran, dass die Erde wärmer und wärmer wird? Ich habe letzte Woche in Social Media gelesen von einer Klimaaktivistin, die sinngemäß ungefähr sagte, als Trump gewählt wurde, mir war so zum Heulen zumute, ich habe mich erst mal ins Bett gelegt und einfach den Weltschmerz gefühlt. Und das ist eine Sache, die mich nachdenklich macht, dass junge Menschen bei uns weniger und weniger Hoffnung haben. Also wenn man so in manche Jugendstudien guckt, wie junge Menschen in ihre eigene Zukunft schauen, wie wenig Hoffnung manchmal da ist. Also das spricht ja für sich, wenn eine Generation sich tatsächlich als letzte Generation empfindet. Wobei man natürlich, und vielleicht gehört ihr dazu, ich kann ja auch ganz anders auf die letzte Woche gucken. Und das haben mir auch andere rückgemeldet. Mir sagte jemand, eigentlich fühlt sich das nicht an wie im falschen Film. Endlich läuft doch mal der richtige Film. Jetzt ist Trump gewählt. Jetzt wird diesem Woken Establishment in den USA endlich mal gezeigt. Und dass die Ampel auseinandergeflogen ist, hey, das ist kein schlechter Film, das ist ein guter Film. Das ist ein Streifen, den ich genieße mit schönem Popcorn. Das ist eine feine Sache. Und doch ist mein Eindruck, dass auch auf der politisch eher rechten Seite Ängste ziemlich verbreitet sind. Es mögen andere Ängste sein. Aber auch Rechtspopulismus ist oft ja ein Spiel mit Ängsten. Werde ich eigentlich, wenn in diesem Land immer mehr neue Menschen einwandern, werde ich eigentlich irgendwann noch meine Heimat wiedererkennen? Kann ich hier in Hamburg eigentlich abends noch sicher am Jungfernstieg spazieren gehen? Angst auf allen Seiten. Ich fand das total interessant, dass eigentlich beide politischen Lager in den Vereinigten Staaten einen bestimmten Sound intoniert haben, nämlich den Sound vom Ende der Demokratie. Anders gelagert, aber dennoch. Dass manche sagen, mit Trump ist jetzt ein Faschist gewählt und das wird die letzte freie Wahl gewesen sein. Der wird sich bestimmt diese Macht nicht durch eine Wahl wieder nehmen lassen. Und dann auf der anderen Seite, Elon Musk sagt, na ja, die irreguläre Migration, besonders in bestimmte Swing States, wird dazu führen, dass sich in den Swing States langfristig auch das Wahlverhalten ändern wird, weil Menschen mit Migration eher Demokraten wählen und dann werden sich die Demokraten darüber faktisch die Macht sichern und es wird das Ende der Demokratie sein. Also auf allen Seiten ist in diesen Tagen eine unglaubliche Angst da. Und jetzt kann man sich ja fragen, sind all die verschiedenen Ängste, die ich jetzt aufgezählt habe, rechts wie links, Mitte, sonst wo, sind all diese Ängste gleich begründet? Liegen sie alle auf der gleichen Ebene? Nein, das tun sie nicht. Und dennoch geht es mir an dieser Stelle jetzt nicht darum, jede einzelne Angst mir anzuschauen, sie zu überprüfen, zu analysieren, zu bewerten. Das ist heute nicht mein Punkt, sondern mir geht es um eine grundsätzliche Frage. Wie gehe ich eigentlich als Christ damit um, wenn ich mich fühle wie im falschen Film? Oder vielleicht anders gefragt, wenn ich gar kein Christ bin, aber hat der christliche Glaube eine Ressource dafür, wenn ich auf diese Welt blicke und mich fühle wie im falschen Film? Und ich glaube, ja, das ist so. Und darüber möchte ich gerne heute mit euch gemeinsam nachdenken. Das war ja ein Wahlkampf, der unglaublich lebte von der Macht der Bilder, sagen die immer alle. Eine Wahl entscheidet sich oft an den Bildern, weil die Bilder eine Macht haben. Aber was ist, wenn die Bilder, die ich Woche für Woche sehe, vor allem die Macht haben, mir Angst zu machen? Wie gehe ich als Christ damit um? Darum geht es heute. Und dazu möchte ich mit euch in einen Bibeltext schauen. Es ist so, dass ich als Pastor jede Woche predigen soll über einen Predigtext, der mir vorgegeben ist. Und dann habe ich mir den am Montag angeguckt für diesen Sonntag und dachte, boah, der ist vermutlich relativ weit weg von dem, was die meisten Menschen so bewegt. Aber je weiter sich die Woche entwickelte und voranschritt mit all ihren Dramen, dachte ich, nee, ich glaube, das ist genau das richtige Wort für den heutigen Tag. Wir machen damit eine kleine Zeitreise mit diesem Bibeltext. Wir reisen ungefähr 2800 Jahre in die Vergangenheit zu einem Propheten namens Micha. Micha war ein Prophet im sogenannten kleinen Israel damals. Israel war damals nicht groß, keine große Weltmacht. Im Gegenteil, Israel war selbst die allermeiste Zeit Spielball der großen Weltmächte. Und die große Weltmacht damals waren die Assyrer, tyrannische Herrscher, die ihr Weltreich mit Gewalt ausbreiteten. Und Israel war dem im Wesentlichen ausgeliefert. Und das führte damals dazu, dass die meisten Menschen völlig nachvollziehbar eine unglaubliche Unmacht erlebten, sich ohnmächtig fühlten. Was soll ich tun, wenn ich dieser Gewalt der Assyrer ausgeliefert bin? Und ich finde das so sprechend für unsere Zeit, weil auch mein Eindruck ist, dass sich viele in diesen Tagen echt ohnmächtig fühlen, und das Gefühl haben, ich kann an dem, wie diese Welt sich entwickelt, ich kann daran eigentlich nichts ändern. Ich kann das nicht aufhalten. Da ist so wenig Hoffnung. Wenn ich das Gefühl habe, nichts wirklich verändern zu können, dann kann ich nicht hoffnungsvoll in die Zukunft schauen. Also Micha fühlt sich auch im falschen Film vor 2800 Jahren. Aber spannend ist, wie er mit diesem Gruselfilm umgeht, den er da anschauen muss. Und jetzt lese ich euch einen Abschnitt aus der Bibel vor, aus dem Buch Micha, viertes Kapitel, die Verse 1 bis 5. Da schreibt Micha, In den letzten Tagen aber wird der Berg darauf, das Herrn Haus ist, feststehen, höher als alle Berge und über alle Hügel erhaben. Und die Völker werden herzulaufen. Und viele Heiden werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns hinauf zum Berge des Herrn gehen und zum Hause des Gottes Jakobs, dass er uns lehre, seine Wege, und wir in seinen Pfaden wandeln. Denn von Zion wird Weisung ausgehen und des Herrn Wort von Jerusalem. Er wird unter vielen Völkern richten und mächtige Nationen zurechtweisen in fernen Ländern. Sie werden ihre Schwerter zu Flugscharen machen und ihre Spieße zu sicheln. Es wird kein Volk wieder das andere das Schwert erheben und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Ein jeder wird unter seinem Weinstock und Feigenbaum wohnen und niemand wird sich schrecken. Denn der Mund des Herrn Sebaoth hat's geredet. Ein jedes Volk wandelt im Namen seines Gottes, aber wir wandeln im Namen des Herrn, unseres Gottes, immer und ewiglich. Okay, 2800 Jahre alter Text. Was macht Micha hier? Was Micha tut, ist, er malt uns die letzte Szene des Films vor Augen. Gottes großes Friedensreich. Micha sagt, so wird es am Ende der Weltgeschichte einmal aussehen. Und das ist seine Art, mit den Ängsten umzugehen. Denn vielleicht lässt sich ein Gruselfilm leichter ertragen, wenn ich das Ende schon kenne. Wenn ich weiß, egal wie sehr wir Menschen diese Welt in den Abgrund stürzen, in der letzten Szene wird Gott sein großes Friedensreich aufrichten. Das wird passieren. Ich kenne Leute, vielleicht kennt ihr die auch, vielleicht gehört ihr zu denen, die, wenn sie ein Krimi lesen und das nicht aushalten, schon mal auf die letzte Seite blättern und schon mal lesen, wie die Geschichte am Ende ausgeht. Und das macht Micha hier auch. Dieses ganze massive Kriegsgerät der Assyrer, ihre Schwerter, werden zu Flugscharen werden. Er schreibt, das finde ich so eine spannende Formulierung, sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Am Ende der Zeiten werden die Menschen Gewalt und Terror verlernen, so wie ich mein Schulfranzösisch verlernt habe. Ich weiß nicht, ob euch das ähnlich geht. Ich hatte vier Jahre Französisch an der Schule und ich weiß noch genau, ich konnte am Ende davon einen Aufsatz schreiben darüber, wie man mit Waldbränden in Südfrankreich umgeht, auf Französisch. Heute könnte ich mich in Paris nicht mal 30 Sekunden mit jemandem einfach unterhalten, weil ich nichts verstehe. Es gibt Dinge, die verlernt man. So werden wir Gewalt und Terror verlernen. Und dann beschreibt, also Micha leuchtet diese Szene in mehreren starken Bildern aus. Und eins dieser Bilder ist, dass er sagt, jeder wird am Ende unter seinem Weinstock und Feigenbaum sitzen. Jeder wird eine sichere Heimat haben. Das ist doch mal ein starkes Bild. Jeder wird einen Platz zum Wohnen haben, wo er sicher ist, mit einem blühenden Garten, wo Wein wächst, also wo es in Fülle Dinge gibt, Feigen und mit ziemlicher Sicherheit auch Erdbeeren. Ich bin fest davon überzeugt, auch Erdbeeren. Und dann bin ich gedanklich sofort bei den idyllischen Bildern des Auenlandes aus den Herren der Ringe Film. Ich weiß nicht, ob ihr die auch vor Augen habt. Also so idyllische Landschaften. Da werde ich am Ende der Geschichte wohnen. Micha weiß nämlich auch etwas von der Macht der Bilder. Und deshalb setzt er dem falschen Film seiner Zeit ein Bild entgegen, das eine enorme Hoffnung hat. Eine enorme Hoffnung. Ein Bild, das auch eine enorme Macht hat. Ich meine, die Macht der Assyrer. Wer waren eigentlich die Assyrer? Weißt du das? Wahrscheinlich müsstest du es nebenbei jetzt erstmal googeln. So weit ist es hin mit ihrer Macht, dass sich 2800 Jahre später die meisten gar nicht an sie erinnern können. Aber die Macht von Michas Bildern, die verzaubert noch heute Menschen auf der ganzen Welt. Die hat wirklich Macht. Diese letzte Szene, die Micha hier beschreibt. Also, egal, egal wie verrückt diese Welt noch wird, habt Hoffnung, ihr Lieben. Denn die letzte Szene ist schon geschrieben. Wobei, ich jetzt ahne, dass manche vielleicht denken, ja, mag sein, aber ist irgendwie auch typisch Kirche. Das Kirche sagt, am Ende der Welt, im Jenseits, da wird alles gut, dahin wird man vertröstet. Aber die Frage ist doch, hey, macht das hier und jetzt heute einen Unterschied oder ist das nur Vertröstung hin in die Ewigkeit? Und ich bin überzeugt, es macht heute schon einen Unterschied. Und auch Micha ist davon überzeugt, es macht heute schon einen Unterschied. Und um das zu sehen, brauchen wir jetzt ein bisschen Anlauf. Denn, was tut Micha hier? Michas Worte, die ich vorgelesen habe, sind eine Prophetie. Sie sind ein Bild der Zukunft, die kommen soll. Wobei, nicht alle Verse dieses Abschnittes auf der gleichen Zeitebene liegen. Manches von dem, was Micha hier beschreibt, wird erst am Ende der Zeiten sich ereignen. Das sind die berühmten Worte zum Beispiel von den Schwertern, die zu Flugschalen werden sollen. Dazu wird es innerhalb der menschlichen Geschichte nicht vollständig kommen, dass aus allen Schwertern Flugschalen werden. So schade das ist. Weil es in dieser verrückten Welt manchmal eben Schwerter braucht. So bitter es ist, es braucht die Gewalt, die das Böse eindämmt. Es ist wichtig, dass wenn mich jemand terrorisiert, dass ich im Notfall dann die Polizei rufen kann und die kommt und mich notfalls mit Waffengewalt schützt. Also, die Verse 3 und 4, ihr könnt es unten mitlesen in der Videobeschreibung, die Micha prophezeit, diese Verse 3 bis 4, die beziehen sich auf das Ende der Zeiten. Aber der zweite Vers, mit seiner Prophezeiung, der ist glaube ich etwas anders gelagert. Da beschreiten Micha, wie die Völker dieser Welt eine große Wallfahrt unternehmen, eine große Reise unternehmen hin zum Berg Zion in Jerusalem. Er sagt, Menschen auf der ganzen Welt machen sich auf den Weg hin zu Gott und lassen sich von Gott lehren, lassen sich von Gott etwas beibringen und wollen sein Wort hören. Und das Interessante ist, diese Worte, die Gott dann zu den Menschen spricht, verändern die Menschen. Die sagen, komm, die haben schon eine ganz andere Herzenshaltung. Wo Gott spricht, verändern sich menschliche Herzen. Und das passiert schon jetzt in dieser Welt. Es gibt in dieser Welt jetzt schon einen Ort, wo Gott zu mir spricht und mein Herz verändert. Denkt ihr vielleicht, echt ist das so? Gibt es in dieser Welt einen Berg, wo alle hinrennen, all die Völker und sich von Gott etwas beibringen lassen? Ist doch Quatsch, das sehe ich nicht mit meinen Augen. Okay, worin besteht das? Jetzt müssen wir noch ein bisschen tiefer einsteigen. Micha beschreibt diesen Berg in Jerusalem als ein Ort, wo Gott uns lehrt. Jetzt muss man wissen, im Micha-Buch ist Lehre, könnt ihr in Kapitel 3 nachlesen, vor allen Dingen die Aufgabe der Priester. Und man hört auf diesem Berg Gottes Wort. Das wiederum ist eigentlich die Aufgabe der Propheten. Und drittens, Gott spricht auf diesem Berg gerechte Urteile. Das ist eigentlich die Aufgabe der politischen Verantwortungsträger, also der Könige. Und nun ist die theologische Pointe bei Micha, all diese Menschen werden ihrer Verantwortung nicht gerecht. Die Priester werden ihrer Verantwortung nicht gerecht. Die Propheten werden ihrer Verantwortung nicht gerecht. Die Könige werden ihrer Verantwortung nicht gerecht. Und deshalb übernimmt Gott selbst den Job. Gott lehrt sein Volk. Gott spricht sein Wort zu seinem Volk. Gott spricht gerechte Urteile über sein Volk. Gott wird selbst der König, Priester und Prophet seiner Menschen sein. Und dann kommt ein Kapitel später im Micha-Buch die berühmte Weihnachtsgeschichte und er sagt, es wird ein Kind geboren werden in Bethlehem. Und das wird Gott selbst sein, der der König, Priester und Prophet für sein Volk ist. Und das, ihr Lieben, ist dann der Kern des christlichen Glaubens. In Bethlehem ist der Held der letzten Szene, der wahre König, Priester und Prophet schon auf die Welt gekommen. Hey, das ist Weihnachten. Ein König und das ist das Besondere, der sein Schwert für uns zu einer Flugschar gemacht hat. Wir haben Christus ans Kreuz gebracht und mit ausgestrecktem Arm liebt er uns weiter, weil er sein Schwert für uns zur Flugschar gemacht hat. Paulus schreibt es im Römerbrief so, wir sind mit Gott versöhnt worden durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, Feinde Gottes und trotzdem hat Gott sein Schwert zur Flugschar gemacht. Das ist ein Bild mit einer enormen Kraft, was die Kraft hat, unsere Herzen zu verändern, sodass ich im Kleinen, in meinem Leben auch anfange, aus Schwertern Flugschar zu machen. Weil ich staune darüber, wie Gott mir begegnet in Jesus Christus, dem wahren König, Priester und Propheten. Und seit 2000 Jahren geht diese Botschaft von Jesus durch die ganze Welt. Und die Menschen strömen zu dieser Botschaft aus der ganzen Welt. Und wo immer die Menschen zu dieser Botschaft hinströmen, ist der Berg Gottes aufgerichtet, dieser große, hohe Berg. Das heißt, das, wovon Michael hier träumt, ist in Jesus Christus Wirklichkeit geworden. Und das erleben wir als Christen in unseren Gemeinden immer wieder, dass wir Jesus Christus erleben, der sein befreiendes Wort zu uns spricht. Und überall, wo Gottes befreiende Botschaft gesprochen wird, ist der Berg Gottes. Deswegen ist jeder Gottesdienst, zu dem du gehst, idealerweise, wie eine kleine Wallfahrt. Vielleicht ist das ganz passend, dass eine Kirche wie unsere hier tatsächlich auf einem kleinen Hügel gebaut ist. Ich könnte es auch noch so anders formulieren. Gottesdienst feiern, eine Gemeinde sein, heißt ein Film zusammenschauen. Nicht den falschen Film, sondern einen richtig guten Film. Und am Ende gehen wir durch die Kirchentür hinaus, wie aus einem Kinosaal. Und wir gehen verändert hinaus in eine oft verrückte Welt und machen im Klein wie im Großen mit großer Hoffnung einen Unterschied, weil wir sehen durften, Gott hat die letzte Szene schon geschrieben. Gnade sei mit euch.